Ja, Respekt und Fairplay, das nehmen wir schon sehr früh hinein. Ich glaube, das gehört dazu bei uns, die Hand zu geben. Bei den Jungschwinger, auf das wird sehr viel Wert gelegt, die Hand zu geben, vor dem Gang, nach dem Gang. Aber natürlich auch zentral ist, mir putzt den Gegner, der verloren hat, den Rücken ab. Aber es ist natürlich auch sehr wichtig, wenn man verliert, ist man hässig, aufgerückt. Aber in dieser Situation ist es, glaube ich, die Grösse, wenn man dem Gang natürlich auch wieder die Hand gibt. Und das gehört einfach zum Sport. Verlieren und gewinnen sind dort sehr nahe zusammen, manchmal.